Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. Sorry, dass ich heute so aussehe, Leute, aber ich habe irgendwie übelst keinen Bock, mich zu schminken und deswegen müsst ihr mich so ertragen, aber ich denke, das geht fit, oder? Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal nach langer Zeit ein Update meiner Wohnung. Ich habe meine Wohnung schon einmal für euch gefilmt gehabt, das war, glaube ich, jetzt 8 oder 9 Monate her und es hat sich wirklich, wenn ich jetzt so die Roomtour von damals oder die Wohnungstour von damals angucke, hat sich doch schon einiges in meiner Wohnung getan. Es sind sehr viele Dekostücke dazugekommen, es sind Blumen dazugekommen und es ist ein neues Sofa dazugekommen. Und ja, deswegen dachte ich so, okay, ich drehe einfach mal ein komplettes Update darüber. Ich weiß noch, als ich damals dieses Video gedreht habe, da waren wir gerade 2 Wochen in der Wohnung, also deswegen war es halt auch noch in Anführungsstrichen so leer. Aber ich dachte einfach mal, vielleicht interessiert euch das ja, wie jetzt die Wohnung aussieht, was sich so verändert hat und wenn das euch interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dranbleibt. Stopp, 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 stopp. Bevor es jetzt losgeht, erstmal eine Info und zwar, heute gibt es nicht den Gewinner der Verlosung, den gibt es morgen um 13 Uhr. Also unbedingt einschalten, davon kündige ich nämlich, wer dieses hübsche Belou-Paket gewonnen hat. Und wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, dann könnt ihr das jetzt noch eben schnell tun. Die Verlosung geht bis morgen, also bis zum 15.06. Ich weiß, ich habe in meinem Video gesagt 15.05, aber das ist falsch. Ja, wie gesagt, morgen 13 Uhr einschalten hier auf meinem Kanal und dann ist einer von euch der Gewinner. Ja, wie gesagt, morgen 13 Uhr einschalten hier auf meinem Kanal und dann ist einer von euch der Gewinner. Ja, wie gesagt, morgen 13 Uhr einschalten hier auf meinem Kanal und dann ist einer von euch der Gewinner. Ja, wie gesagt, morgen 13 Uhr einschalten hier auf meinem Kanal und dann ist einer von euch der Gewinner. Ja, wie gesagt, morgen 13 Uhr einschalten hier auf meinem Kanal und dann ist einer von euch der Gewinner. Musik 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 Ja, das war's mit dem Update meiner Wohnungstour. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Wohnung überhaupt findet, ob ihr eher so die nicht so gut findet oder ob ihr sie gut findet. Ich meine, das ist ja Geschmackssache. Ich fühle mich hier für meines Erachtens wirklich sehr, 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 sehr wohl. Also ich liebe diese Wohnung und ich liebe sie einfach. Also abgöttisch, vor allen Dingen der Balkon ist so wirklich mein Highlight. Der ist, ja, mein Balkon. Musik Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Denkt dran, morgen 13 Uhr einschalten auf meinen Kanal und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen oder Freitag, je nachdem, wenn ihr einschaltet oder Lust habt, mal auf meinen Kanal zu klicken. Ansonsten kannst du mich auch noch einmal dort kostenlos abonnieren. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, damit du dann einfach keine Videos mehr verpasst. Und, ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.